so hallo und herzlich willkommen zu einem neuen vlog beziehungsweise ich wollte euch einfach mal mitnehmen ich werde etwas großartiges tun ich habe jetzt ein neues fahrzeug tatsächlich gerade ist abgeholt und ich werde es ein bisschen verschönern sage ich jetzt mal und da wollte ich euch mal mitnehmen das ist jetzt mein kleines fahrzeug hier aber er sieht nicht so schön aus deswegen werde ich ihn frieren lassen in einer sehr sehr wie ich finde schönen Farbe oh mein gott das ist die rolle es ist pink glitzer ja das ist ein kleiner schnipsel den durfte ich noch mitnehmen und in ein paar tagen dann darf ich dann das fahrzeug wieder abholen also bis in ein paar tagen sind ein paar tage verlangen und jetzt gucken wir mal oh hier unten steht da oh mein gott oh mein gott das ist so wunderschön ja super das freut mich oh 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 Ich bin im siebten Himmel und außerdem würde Gaby bestimmt ganz neidisch werden. Ist dieses Auto nicht wunderschön? Ja, man muss sich auch mal seine Träume erfüllen. Oh mein Gott, ich bin total begeistert. Es scheint ja noch nicht mal die Sonne und ich glaube, wenn da die Sonne noch drauf scheint, dann wird das so richtig, richtig glitzern. Sehr, sehr cool. Ja, das war's mit meinem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn ja, und teilt das Video ganz gerne, falls ihr das Auto auch cool findet. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Ciao! Bis zum nächsten Mal.